Hey Leute, was geht ab zum neuen Video. Wie ihr es im Titel gesehen habt, wie ihr es im Thumbnail gesehen habt, heute drehe ich ein kleines Video und zwar frage ich einfach die Leute, wenn sie einen Wunsch frei haben, was sie sich wünschen würden. Ganz einfach denke ich mal, ich glaube da muss man noch nichts großartiges erklären. Ich würde sagen, ey komm, ich hab Bock drauf, let's go. Und zwar, stellt euch mal einfach mal vor, so ihr habt einen Wunsch frei, ja egal, ihr könnt euch alles wünschen. Ganz einfach, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr euch einen, egal was aussuchen könntet, das ist egal. Weiß nicht, ich glaube ich würde reisen einfach, also überall hin, ich glaube ich würde nach Amerika reisen. Warum direkt nach Nordamerika? Nicht nach Nordamerika, also Amerika, Kalifornien so. Mit Freunden, ja. Mit Freunden, ja? Ja. Okay, ihr habt einen Wunsch frei, was würdet ihr machen? Ich wäre nach Afrika gereist. Ja, Basketballprofi werden. Okay, und wieso Basketballprofi? Keine Ahnung, muss man nicht arbeiten gehen. Ah, du kannst dir auch wünschen, dass du komplett viel Geld hast, ne? Könntest theoretisch auch Geld wünschen und trotzdem Basketball spielen. Nee, anders ist besser, finde ich. Okay, das war's schon, danke, ne? Meine Frage an dich lautet, du hast einen Wunsch frei, was würdest du machen oder dir wünschen wollen? Egal was, ne? Also ich würde gerne so in die Vergangenheit reisen und mich nochmal so als kleines Kind sehen. Das würde ich voll cool finden. Also du könntest dir theoretisch das geilste Leben vorstellen, sage ich einfach mal, also so richtig so komplett viel Geld und so und sage ich auch mal machtmäßig. Aber du würdest lieber in die Zukunft zurückgehen, in die Vergangenheit zurückgehen, ja? Ja, würde ich lieber machen. Und wenn du dich gesehen hast, was dann? Weiß ich nicht, ich würde es irgendwie interessant finden, weil ich will nicht in die Zukunft gucken können, weil ich will mich lieber überraschen lassen. Kann man auch machen. Meine Frage an euch ist, ihr habt einen Wunsch frei, ja? Was würdet ihr euch wünschen? Mega krassen Urlaub oder ne Weltreise. Ich glaube, da würde ich mich anschließen, das hat schon was. Karibik. Ja. Oder Hawaii, irgendwo ans Meer. Und was geht da so am Meer, also was wollt ihr da machen so mäßig? Einfach chillen, ja? Ja, einfach entspannen, ja. Also, meine Frage an euch ist, ihr habt einen Wunsch frei, was macht ihr? Einen Wunsch frei. Egal was? iPhone X holen. Locker. Ich würde mir unendlich viel Geld haben, da kann ich mir alles holen. Ja. Vor allem, genau das meinte ich, wirklich. Junge, von dem Geld kannst du dir auch ein iPhone X holen, ne? Und dann hast du auch noch was davon. Ah nein, ich kann so richtig viele, so richtig krasse Autos holen oder so. Kannst du ja auch machen, wenn du kaum mehr viel Geld hast. Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas. Ja, okay. iPhone. So, oder nein, Mac Kids kostenlos rein oder so. Was? Mac Kids kostenlos rein. Warum? KFC, KFC, Chicken Wings. Chicken Wings essen, ja? Ja. Okay, das war's schon, danke Jungs, haut rein. Ihr habt einen Wunsch frei, was wünscht ihr euch? Äh, keine Ahnung. Äh, viel Geld, dann kann ich mir einfach alles kaufen. Leute, das Video war jetzt ein bisschen kurz. Ich weiß, aber ich troffe, ich troffe, ja man. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht auf Snapchat oder Instagram abgecheckt habt, ist es die ganze Zeit eingeblendet. Also könnt ihr euch einfach mal, checkt mich ab, edit mich. Und wie gesagt, nicht wie gesagt, habe ich noch gleich gesagt, aber abonniert einfach mal meinen Kanal. Würde mich echt freuen. Wir sind jetzt schon bald 3000. Feiere ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, checkt meine letzten Videos ab. Danke an Henry fürs Filmen. Und ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.